Herzlich Willkommen zu Ruby Crime Eclipse, ein kleines neuen Projekt bei mir. Ich weiß nicht wie lange das geht, aber wir werden mal schauen. Ja, das ist ein Spiel über einen, wie können wir sagen, über einen westlichen Anime. Können wir so sagen, westlichen Stil und so. Wer das natürlich kennt, wird wissen, woron ich spreche. Ansonsten könntet gerne mal den Anime schauen. Aber wir stürzen uns gleich spielerisch in die Einzelspieler-Kampagne rein und schauen mal, wie das so läuft. Denn ein Tutorial scheint nicht wirklich zu geben. Stil auf dem Boden. Mal gucken, das kenne ich überhaupt noch nicht. Ich lehren wir jetzt auch hier. Normal Charakterausfall. Ja, Charakterausfall. Es gibt noch mehr, müsste ich aber erst noch kaufen. Von den Charakteren selber, gefällt mir Yang am besten. Von dem Kampfstil, Ruby. Ich nehme erstmal Yang. So, und los geht's. Das ist also unsere Figur. Das sind unsere Fähigkeiten. Das ist Ultimative-Attacker. Eine Team-Attackung. Also, mir lieber was anderes wahrscheinlich. Distanz. Aber von der Ferne her kann ich was machen. Und dann normale Dinger. Yo. Läger. Okay. Haben wir das schon mal gefunden. Gibt's noch was? Was? Wahrscheinlich, um den Gegner ein bisschen wegzudrücken. Okay. Ah, und dann können wir etwas sagen für den Chat, weil man mit anderen Leuten spielt. Ich probiere gerade den ganzen Tasten mit durch. Okay, das haben wir schon mal. Aha. Schön kombinieren. Cool. Also, es ist echt flüssig, muss ich sagen. Also, es bringt wirklich sofort die Befehle durch. Eine schöne Kombination gibt's auch. Ich muss sagen, es sieht für ein Indie-Spiel, kann man wirklich sagen, eigentlich ganz nice aus. Boah. Ist jetzt nicht High Definition, Wheel und sonst was. Ist es angenehm. Ist es richtig angenehm. Ja. Reicht mir völlig aus. Ja, Mann. Noch jemand? Das gefällt mir jetzt schon. Oh, doch. Autsch. Ich will mit den anderen 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 nicht probieren. Okay. Wir müssen ja mal probieren. Weiter. Was hat denn das zu bedeuten? Wir können ja nicht wirklich was machen. Okay. Also, das hat irgendwie nicht wirklich was zu bedeuten. Hm. Die Aucher ist also unsere Lebensanzeige. Also. Also. Das war's für heute. Hat er Boops gesagt? Hat er Boops gesagt? Ich hab jetzt Boops verstanden. Okay, wir spielen wahrscheinlich nur das, wenn man sich kennen. Wollen wir noch ein anderes kaputt machen? Nö. Wir wollen Mario weiter. Ja. Verlass'n am Halt. Komm hier hoch? Nein. Wäre ja auch zu schön, wenn die etwas offenere Welt wäre. Scheint mir jetzt noch im nächsten Kampfgebiet zu sein. Ah, warte mal. Noch mehr. Und fertig. Schau. Das versteht uns auch bei mir eigentlich. Oh ja, Grab раз. Ja. Ja. die musik ist jetzt gerade laut und leise machen ich muss noch ein stück schleißer damit ihr mich und es auch versteht hilfe ja nicht dass es euch die ohne umfliegen was hier so ist und erfahrungspunkte wunderschönen was auch kaputt machen wenn ich wirklich nach der facken okay halbisch offen Hmm. es wird echt konzentriert sein ohne fähigkeiten es sind wir aufgestiegen ist können wir uns eine neue fähigkeit aussuchen ich will eine steam fähigkeit in der attacke erhöht dein ultimativleistung 1 deine aura reguliert sich wesentlich schneller aus der 2 wir haben einen punkt wir haben ja schon aber die attacken noch nicht geschafft habe also ultimative könnte jetzt schon starten aber was zusammensparen das könnten wir dafür aus so dann wäre später sehen was so noch kommt die kisten auf weiter geht es die kisten Das Security-Control-Center für diese Region ist in dieser Kabe. Geh mal einen Blick und vielleicht können wir, was das Problem ist. Aha, was sollen hier? Oh, da haben wir ein Artefakt gefunden. Es ist gut. Aber es gibt auch immer diese versteckten Nebenwege. Okay, also immer schön die Augen aufmachen. Kontrollzentrum. Gucken, was das so gibt. Oh, hier kommt Schmürwellen an, anscheinend. Mehr. Splat. Schmürwellen an, anscheinend. Schmürwellen an, anscheinend. Alles gut. Oh, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht mehr. Stopp. Schon. Splat. Puh. die sind schon ein bisschen echt härter muss ich sagen das war begeudet verdammt haben sie mich gekriegt die ratten aber 50 erledigt das ist gar nicht so schlecht müssen es irgendwie schaffen also noch wie krieg ist die raketen angriff zugang es ist Was ist das? Oh meinst du mal Splat! Was? Du bist ein Hammer von Saneten, das gibt's nicht. Bam. Das stand da. Ja. 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 Das ist echt heftig, die Teile. Jetzt du auch noch. Komm schon. Kommt gleich zwei. Oh nein, 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 nicht so mit mir. Leute. Du warst aber nicht abgesprochen. Was? Puh, erstmal kurz Pause holen. Oh. Der scheint ein bisschen dicker zu sein. Noch nicht. Oh, nein. Oh, oh, oh. Scheiße. Ah, verdammt. Haben Sie mich da recht. Aber ich bin schon weiter gekommen. Ich bin schon weiter gekommen. Macht echt voll Bock. Wenn wir da noch mehr Spieler spielen, das wäre auch noch mal richtig cool. mit anderen Leuten im TS oder im Discord abzusprechen, ist bestimmt auch nicht schlecht. So. Mal wieder hier alles öffnen. Na dann. Aber, bevor es da weiter geht und wir schauen, wie es weiter geht, muss ich einfach sagen, wenn euch noch etwas gefallen hat, dann schaltet man nächstes Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.